Wurf! Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Benni. Schön, dass du da bist. Die heutige Folge wirkt ein kleines Pflanzen-Update. Ich liebe dieses Format, dass wir einfach mal so ein bisschen ungezwungen quatschen können, ohne dass ich darüber jetzt gleich ein extra Video machen muss. Und zwar, heute dreht sich alles um ein Update. Und zwar, wir haben vor einem Monat den Zitronenbaum zurückgeschnitten. Den zeige ich euch. Das hätte ich nicht gedacht, was in einem Monat alles passieren kann. Ich zeige euch die Stecklinge. Wir haben den Geldbaum zurückgeschnitten. Den zeige ich euch. Den werden wir auch heute final zurückschneiden, dass das auch fertig ist. Ich zeige euch die Stecklinge davon. Bei mir ist was Schönes gewachsen. Und ich habe ein neues Mittel gegen Tripser ausprobiert. Und ich versuche Raubmelden zu züchten. Eine spannende Folge heute. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt doch dran. Und zwar, wir fangen mit dem Spanzen, glaube ich, an. Und zwar an dem Platz, damit ihr nicht seht, dass dahinter nichts mehr wächst, steht heute keine Crystallin um, sondern meine Thai Consolation. Ein kleiner Steckling. Und zwar, der mir ein bisschen Sorge bereitet. Ich zeige mir mal. Das heißt, das hier war das allererste Blatt. Das grünste. Danach kam das hier. Und jetzt halt komplett weiß. Nein, es ist nicht komplett weiß. Da, ganz oben an der Ecke. Schwierig, weil schwer. Das sieht er bestimmt nicht, ne? Aber hier oben ist ein ganz leichtes... Da, 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 da. Seht ihr das? Eine ganz leichte, eine ganz kleine Ecke grün. Hatte ich noch nie. Ein komplett weißes Full Moon Blatt, oder wie man dazu auch so schön sagt. Finde ich sehr faszinierend. Ich sehe auch jetzt schon, dass es anfängt braun zu werden, hier ganz unten. Es ist halt noch nicht mal richtig ausgehärtet und schon fängt es an braun zu werden. Es ist sehr schön. Sowas hatte ich wirklich noch nie. Ich mag generell Teil Constellation nicht mit so einem hohen Weißanteil. Denn was halt immer passiert, dass die Blätter halt einfach dir wegknuspern oder wegschrumpeln. Und das sieht dann irgendwie immer nicht schön aus, wenn ihr dann halt so ein schönes geformtes Blatt habt. Und dann auf einmal müsst ihr dann halt die braunen Ecken dann irgendwie abschneiden. Was mache ich damit? Ich würde eigentlich gerne sehen, wie weit das Blatt zurück knuspert. Andererseits bin ich auch sehr stark dafür, dass wir es einfach abschneiden. Gucken wir mal. Ich hätte es gerne noch ein bisschen ausgehärtet, dass ich euch auf Social Media und auf YouTube noch ein bisschen damit nerven kann, bevor ich es abschneide. Man muss die Sache jetzt auch so ein bisschen ausnutzen. Wenn mir das jetzt schon einmal passiert. Ich denke, sowas wird mir nicht nochmal passieren. Gucken wir mal. Also ich würde es zumindest gerne aushärten lassen, wenn es nicht denn irgendwie schon anfängt, wirklich komplett durchzuknuspern. Weil wenn, dann schneide ich es halt einfach ab und dann hat die Pflanze mehr davon. Ein Blatt habe ich auch schon entfernt. Das war, da ist mir, das war auch 90 Prozent weiß. Das habe ich auch schon weggeschnitten. Oder einfach abgebrochen. Das war eins, das zweitälteste Blatt. Okay, komplett weiß. Hatte ich auch noch nie. Hattest du vielleicht auch schon mal ein komplett weißes Blatt, dann schreib es doch in die Kommentare. Würde ich gerne wissen, was ihr damit gemacht habt. Also nur aus Versuchszwecken würde ich es eigentlich gerne mal wachsen lassen, denn mich würde interessieren, ob der Stamm oder der Stiel mit wegfault. Oder wegknuspert. Nur alleine deswegen würde ich es gerne stehen lassen. Aber gucken wir mal. Bis jetzt sehen die Wurzeln auch noch ganz gut aus. Das war Pflanze Nummer eins. Sieht schon geil aus, wa? So, wir haben vor einem Monat die Zitrone zurückgeschnitten. Die sah ja so aus. Hier so einen kleinen Dorn. Und ich dachte so, hä? Komisch, ein Apfelbaum hat doch keine Dorn. Hab dann mal Chachipiti gefragt. Ich denke, er hat sich geirrt. Chachipiti. Weil er hat nämlich ganz klar gesagt, nee, das ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass Apfelbäume eigentlich Dorn haben. Es ist eine Zitrone. Von daher, Schnucki, muss ich dir leider sagen, du bist Adoptierter. Ich mag dich trotzdem. Genau, also sie hatte ja hier oben so einen ganz langen Stiel. Den haben wir abgeschnitten. Wir haben auch hier unten was abgeschnitten. Und zwar, wir haben ja dann angenommen, dass der neue Trieb in die Richtung wächst, wohin auch das letzte Blatt hingewachsen ist. Also, hier haben wir ja gesagt, das Blatt, das wächst so ein bisschen nach oben. Und der Trieb, ja, der letzte oder der neue Trieb ist auch wirklich nach oben gewachsen. Finde ich sehr schön. Unten immer noch genauso schön voll wie vorher. Dann haben wir hier oben noch einen kleinen Seitentrieb. Und auch hier haben wir wieder gesagt, okay, ich will jetzt gerne nach oben wachsen haben. Also wächst auch der neueste Trieb nach oben. Und jetzt kommt es hier oben, ist er so ein bisschen ausgeartet. Wir haben hier eins, zwei, drei, vier neue Triebe hier oben. Und zwar haben wir hier zum einen, das ist das vorletzte Blatt. Da ist ein Trieb rausgewachsen. Das hier ist das, ach nee, hier an den drei letzten Blättern ist was rausgewachsen. Hier oben haben wir zwei. Also guckt euch das mal an, wie viel dieser Baum jetzt in einem Monat gewachsen ist, oder? Faszinierend. Ich glaube, das mache ich jedes Jahr, den so radikal zurückzuschneiden. Denn ich will eigentlich nicht, dass er noch größer wird, sondern hier oben so ein bisschen buschiger. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, was ich jetzt letzten Endes mit diesem kleinen Stängel hier unten mache. Den hätte ich, glaube ich, komplett zurückschneiden sollen. Also wirklich hier am Stamm abschneiden, dass er die ganze Kraft hier nach oben legt. Weil wäre halt schon schön, wenn man den hier oben zumindest ein bisschen buschiger kriegt. Das ist die Idee dahinter, aber können wir ja nächstes Jahr nochmal machen. Dann haben wir auch ein kleines Ziel, worauf wir hinarbeiten können. Ich finde es auch immer sehr schön, wenn man so die komplette Entwicklung dieser Pflanze sieht. Das heißt, wie urtümlich ausgewachsen ist es. Genau, wenn ihr den schneidet, denkt dran, im Frühjahr wäre es gut, wenn ihr den schneidet. Wie ist eigentlich euch überlassen? Ob ihr den nach links, rechts, oben wachsen lasst oder daraus einen kleinen Delfin schneidet? Das ist ganz euch überlassen. Ich würde den so schneiden, wie ihr das für richtig haltet. Das Einzige, was ihr halt verhindern sollte, dass die Triebe irgendwie in die Mitte wachsen. Das will man nicht machen, weil man will den ja irgendwie so schön buschig haben. Das nächste Jahr schneiden wir den auch wieder, wie wir das auch beim Geldbaum gemacht haben, am ersten oder am zweiten Blatt zurück. Das versuchen wir mal nächstes Jahr. Ansonsten bin ich sehr, das hätte ich nicht gedacht, dass der in einem Monat wirklich so viel wächst. Dass der hier unten einen kleinen Trieb hat. Hier hat er was und hier oben ist er so richtig ausgeartet. Die Blätter sind zwar noch nicht so groß, wie sie vorher mal waren, aber sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Hat sich wirklich voll gelohnt, den abzuschneiden. Genau, das war Zitrone. Kommen wir zu den Zitronenstecklingen, die wir gemacht haben. Und zwar, wir haben ja das einfach abgeschnitten, haben dann die Wunde am Baum und auch bei dem Steckling mit Zimt bestreut. Das heißt, normales Zimt, was ihr auch im Haushalt habt. Das ist so ein bisschen desinfizierend. Jetzt bei den Stecklingen bin ich mir jetzt so ein bisschen unsicher. Also sie wachsen halt auch in alle Richtungen. Das heißt, wir haben zum Beispiel hier einen kleinen Steckling. Also alle Stecklinge haben keine Wurzeln. Das sind alle Stecklinge, die wir gemacht haben. Keine haben Wurzeln, aber alle sind gewachsen. Sie standen alle in meiner Wachstumsbox. Wenn du wissen willst, wie meine Wachstumsboxen aufgebaut sind, dann klick doch hier oben. Und zwar ist dieser kleine Steckling zum Beispiel gewachsen. Der hat sich hier oben auch ein bisschen neu verzweigt. Ich habe da noch die richtig langen Blätter abgeschnitten oder zum Beispiel zumindest gedrittelt. Das macht man halt eigentlich immer, damit die Energie in die Wurzelproduktion oder in andere Sachen hingehen. Weil sonst steckt der Trieb die ganze Energie in die Erhaltung der Blätter. Das wollt ihr natürlich nicht. Dann sitzt er da irgendwie ein halbes, dreifel Jahr oder zwei Jahre, bevor da was passiert. Einfach kurz ein bisschen abschneiden oder zumindest das halt auf ein paar Blätter reduzieren. Und dann wachsen die Triebel schneller. Genau, bin ich mir jetzt sehr unsicher. Was ich damit jetzt machen soll, weil sie halt komplett keine Wurzeln haben. Aber vielleicht kommt es ja noch. Dafür haben wir hier noch einen schönen Trieb. Bei dem ist noch gar nichts passiert. Guck mal, da unten kommt was kleines Grünes raus. Da, so ein kleiner Popel. Hier ist noch gar nichts passiert. Was haben wir jetzt noch? Bei dem hier ist auch nichts passiert. Hier haben wir auch wieder so einen kleinen Popel hier an der Seite. Ich vergiss immer, dass die Kamera links ist. Ich nehme auch immer alles mit meinem Handy auf. Dann haben wir den Steckling mit dem kleinen Dorn. Hier oben ist er halt auch neu ausgetrieben. Hat auch schon drei Blätter gekriegt. Aber keine Wurzeln, kein gar nichts. Das hier, was man hier unten sieht, glaube ich, habe ich schlecht abgeschnitten. Da, dieser kleine Fussel da, den ihr da seht. Guck mal, vielleicht brauchen sie auch einfach ein bisschen länger. Dann haben wir noch zwei letzte. Der hier hat auch erfolgreich ein neues Blatt gekriegt. Auf jeden Fall scheinen sie ja irgendwie zu leben. Weil sonst wären sie uns ja schon längst eingegangen. Uns, ja. Das sind doch deine Stecklinge. Wenn es schief geht, hast du Schuld. Ja, so funktioniert es. Okay, kommen wir zu dem letzten Steckling. Der hat auch drei neue Blätter gekriegt, aber keine Wurzeln. Naja, solange sie nicht eingehen, bin ich damit zufrieden. Noch, noch. Macht hinne. Das heißt, ich habe ja, genau, das war der Baum, der Zitronenbaum, bin ich sehr glücklich drüber. Ich habe ja verdammte Probleme mit Tripsen. Das heißt, freut euch drauf, eins der nächsten Videos wird sein, wie ich über meine Erfahrungen berichte, was ich schon alles mit Tripsen gemacht habe und wie ihr sie oder wie du sie letzten Endes auch los wirst. Ich habe mich alles ausprobiert. Das heißt, von Abspülen, Seife, eine Seifenlösung, Nebenöl, Raubmelden und Chemiekeule. Das werdet ihr aber dann in dem Video sehen, was ich da alles vorhabe und wie ihr sie loswerdet und was die Dinge halt eigentlich sind. Genau, ich habe jetzt gerade das Neudorf Spruzid AF schädlingsfrei. Das ist, glaube ich, ein bisschen gespiegelt. Das versuche ich gerade aus. Ich habe das aber auch schon an ein paar Pflanzen ausprobiert und das scheint halt wirklich sehr gut zu funktionieren. Hier steht drauf, glaube ich, einmal, zweimal einsprühen und dann sind sie weg. Chemiekeule schlechthin, riecht auch nicht. Natürlich bin ich bis jetzt sehr, im Vergleich zu dem anderen, was ich ausprobiert habe, sehr, es funktioniert sehr gut, sehr gut. Aber das war dazu. Genau, Raubmilben, ich versuche gerade oder ich habe mir für lange Zeit Raubmilben bestellt. Was sind das? Raubmilben sind eigentlich noch kleinere Insekten als, oder ähnlich kleine Insekten wie Tripse oder wie, keine Ahnung, Spinnmilben und so weiter. Und die sind aber gut. Und zwar fressen diese Raubmilben nämlich zum Beispiel Spinnmilben, Tripse. Die kommen meistens in so kleinen Packungen. Die hängt ja an eurer Pflanze. Und dann fressen die die ganzen Viecher auf. Und zwar sollte man die auch züchten können. Blende ich vielleicht hier mal ganz kurz ein, wie so mein kleines Setup ist. Scheint aber schwieriger zu sein, als es ist. Weil wenn es nämlich funktioniert hätte, dann hätte ich da schon längst irgendwie ein Video für euch gemacht, wie ihr die erfolgreich vermehren könnt. Scheint aber echt schwierig zu sein. Ich sehe da immer noch ein paar Tripse, immer noch ein paar Raubmilben. Und zwar habe ich das mit der Amblysius californicus ausprobiert. Das ist eine Raubmilbenart, die frisst auch Pollen. Genau. Habe ich eine kleine Heizmatte drunter in so einem kleinen Plastikcontainer mit einem kleinen Luftloch drin. Dann einen kleinen Kanister mit Wasser für die Luftfeuchtigkeit. Und eine kleine Schale mit Blütenpollen. Die sind so klein gepresst und die fressen die. Aber bis jetzt noch nicht so den Erfolg gehabt. Mal gucken. Vielleicht wird es ja auch noch. Genau, das waren die beiden Sachen. Ich liebe dieses Format, dass man einfach so ungezwungen einfach mal quatschen kann, ohne dass man da jetzt direkt ein Meeting oder ein Video machen muss. Und zwar das hier sind die ganzen Stecklinge von dem Geldbaum, die ich mir aufgehoben habe. Das sind ein paar Stück. Und zwar haben alle schon Wurzeln gekriegt. Die stehen auch in meiner Wachstumsbox. Die habe ich auch gleich schon zurückgeschnitten. Das hier sind zum Beispiel die Wurzeln dahinter. Oder wenn ich zum Beispiel mein T-Shirt halte. Extra schwarzes T-Shirt angezogen. Genau. Den habe ich mir aufgehoben. Vielleicht gleich zwei auf einmal zeigen. Hier ein bisschen was Längeres. Hier ein bisschen was Kürzeres. Und alles hat eigentlich schon irgendwie Wurzeln gekriegt. Könnte ich theoretisch auch schon einpflanzen. Mache ich das? Nö. Das kommt in meiner Wachstumsbox zu den ganzen anderen Pflanzen, die ich eigentlich eintopfen muss und das nie machen werde. Vielleicht machen wir das ja mal zusammen. Dann habe ich einen Grund, die Pflanzen wirklich mal einzupflanzen. Meine Mutter will auch schon zwei neue Pflanzen haben. Aber irgendwie... Hier sind auch zwei. Hier oben ist auch schon ein bisschen was rausgewachsen. Bei dem hier auf der Seite. Genau. Der hat auch schon Wurzeln. Also genug Pflanzen habe ich, um meine nichtverwandten Freunde damit zu bestücken. Hier ist halt auch noch ein kleiner. Der wächst hier oben auch noch sehr schön aus. Dann haben wir hier auch wieder ein bisschen was Längeres. Ah, hier ist noch Zimt drauf. Sehr schöne Wurzeln. Genau. Und das waren die Stecklinge. Sehr schön gewachsen. in der Wachstumsbox. Hätte ich nicht gedacht, dass die wirklich so schön wachsen. So, das war das. Ich habe extra schon was drunter gelegt. Nicht, dass ich wieder den ganzen Tisch nass mache. So, okay. Kommen wir jetzt zu dem letzten Baum. Der Geldbaum. So, ich habe ein bisschen länger überlegt, was ich mit dem machen will. Aber ganz generell alle Triebe, die wir geschnitten haben, sind sehr gut ausgekeimt. Und zwar verhält er sich so, wenn er austreibt, dass er halt nicht, wenn ihr einen Trieb habt und den schneidet ihr ab, dann wachsen daraus zwei neue. Wenn er jetzt halt wieder einen abschneidet, dann wachsen an der Stelle wieder zwei neue Äste raus. Und so könnt ihr den sozusagen so richtig schön buschig und voll machen lassen. Man sagt auch eigentlich hier nach der ersten oder zweiten Rille, was meine ich damit? Gerade wenn er älter ist, dann sieht man eigentlich hier hier sehr schön an der Seite, das sind so diese Rillen. An der Stelle kamen dann immer Blätter raus, die sind aber inzwischen abgefallen. Man sagt eigentlich immer, wenn ihr eine Größe erreicht habt, ich lege mal was drunter, dann seht ihr den besser. Wenn ihr sozusagen eine Größe oder eine Form erreicht habt, mit der ihr wirklich zufrieden seid, dann könnt ihr den abschneiden. Denn was passiert, wenn ihr das nicht macht? Und zwar fangen wir dann zum Beispiel wie bei, das könnt ihr so gut bei dem Blatt sehen, oder bei dem Stänge hier, dann fängt er an, so ein bisschen so runter zu hängen. Dann wird das zu schwer und dann sieht das irgendwie nicht so schön aus. Dann verzweigt er sich nicht so schön und dann wird das auch nicht so schön voll, wie ihr das vielleicht gerne haben wollt. Das heißt, wann schneidet ihr das ab? Das heißt, auch im Frühjahr. Ich habe, der ist übrigens 15 Jahre alt, der steht auch lecker in Selbstbewässerung. Das wollte ich immer sehr gerne mal ausprobieren. Meine Oma hat den nie gegossen. Deswegen dachte ich, jetzt hast du es schön bei mir, jetzt kriegst du so viel Wasser, wie du haben möchtest. Genau, und ich habe mir einfach gedacht, okay, wir schneiden den jetzt irgendwie 80 Prozent ab und dann mal gucken, ob es was wird. Aber wie ihr sehen könnt, überall da, wo wir ihn abgeschnitten haben, fängt er an auszutreiben, was ich sehr, 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 sehr schön finde. Das machen wir nächstes Jahr auch wieder. Und zwar, weil das nämlich so gut geklappt hat und weil das die einzige Pflanze, die bei mir in der Küche steht, direkt am Fenster. Deswegen ist er halt auch so ein bisschen so in die Richtung, so ein bisschen vollgewachsen. Hier auf der Rückseite ist halt gar nichts. Weil er halt immer genau an der Seite an einem Fenster klebt. Wir schneiden den jetzt fertig. Denn immer, wenn ich in die Küche komme, sehe ich, oh mein Gott, du musst ja da noch was machen und da habe ich keine Lust drauf. Also, es ist zwar nicht mehr Frühjahr, es ist so ähnlich, wir haben jetzt April, aber trotzdem schneiden wir den jetzt ab. Das ist nämlich genau so, wie ich das gesagt habe, nach ein bis zwei Rillen, so wie wir jetzt gerade lustig sind. Und zwar, gucken wir den mal so hinschieben, dass ihr halt jetzt auch wirklich was sehen könnt. Fangen wir mit dem an, was ihr jetzt gleich sehen könnt. Hier haben wir einen Ast und zwar machen wir den nach eins, zwei Rillen Schnipp. Die versorge ich jetzt nicht mit, nicht mit Zimt, denn ich habe in meiner Küche keine hohe Luftfeuchtigkeit. Das kann nicht schimmeln und von daher ist das ein bisschen, ist das jetzt in dem Fall, ist das jetzt in dem Fall egal. Bleiben wir gleich mal hier. Das heißt, wir haben hier eine Rille Schnipp. Fertig. Bleiben wir auch gleich hier. Die ist sowieso schon abgebrochen, weil es zu schwer ist. Ja, tut mir leid, dann fehlst du sowieso weg. Hier vorne gibt es noch etwas. Hier, das finde ich eigentlich auch ganz schön. Da lassen wir ein paar Blätter dran. So, das hat auch die richtige Größe. Dann haben wir hier in der Mitte noch ein bisschen was. mal so hinschieben, dass ihr das auch wirklich sehen könnt. Ne, okay. Wenn ich den drehe, könnt ihr das dann besser sehen? Ne, auch nicht. Okay, das heißt, wir lassen den so. Das heißt, hier haben wir noch zwei Stück. Den schneiden wir jetzt nach 1 ab, damit das da noch so schön voll wird. Hier, der Abstand zur 2 ist mir zu groß, deswegen machen wir das nach 1. Hier fängt er auch schon runter zu hängen, deswegen schneiden wir den nach 1 ab. Ja, so, so wird ein Schuh draus. So gefällt er mir. Also jetzt nicht, weil er so schön kahl ist, aber weil er jetzt halt eigentlich mal eine Form erreicht, die mir halt auch wirklich gefällt. Hier auch nach, der Ast ist eigentlich ganz schön, deswegen schneiden wir den nach 2 ab. Genau, der gefällt mir. Ich weiß nicht, was ich hier mitmachen soll, weil das gefällt mir ja nicht. Seht ihr das? Das hängt ja so. Aber lassen wir das mal. Das Einzige, was mir jetzt wirklich nicht gefällt, da habe ich wirklich ein bisschen länger überlegt und zwar haben wir hier unten halt einen, den seht ihr halt auch, der fängt irgendwie, hier ist er noch schön, hier ist er noch schön gerade und dann knickt er hier so ab und dann wird er ganz dole traurig. Reiben hilft er auch nicht. Ist jetzt halt ein bisschen schwierig, denn der Geldbaum hat, auf der Seite hat er irgendwie gar nichts und hier lädt er dann halt so ein bisschen nach links aus. Das heißt, wir schneiden den jetzt, ich würde den eigentlich fast gerne hier abschneiden wollen, hier, dann hängt das da nicht so runter. Ich hasse das, wenn die Geldbäume da so runterhängen. Genau, jetzt hat er einfach abgeschnitten, weg ist er. Und das würde ich eigentlich gerne mit dem hier auch machen, mit dem großen Stück hier in der Mitte. Dann versuchen wir den halt so ein bisschen mehr, so ein bisschen voller, mit so einem Drall mehr nach hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das für dich links oder rechts ist. Von daher schneiden wir den. Guck mal, wir können ja zwei lassen. Zwei lassen. Guck mal, und das hier anders, das da alles interessiert mich nicht. So, okay. Das ist der Geldbaum. So ist er jetzt. Bin ich jetzt sehr mit zufrieden, jetzt wo wir den endlich fertig geschnitten haben. Ich hoffe, dass nicht, dass ich jetzt den damit getötet habe. Aber wenn der jetzt schon so schön ausgewachsen ist, dann denke ich, dann wird das. Und vielleicht im nächsten Update zeige ich dir den nochmal, was daraus geworden ist oder was nicht, damit du nicht gleich die, nicht die Leichenfehler machst wie ich. Und damit sind wir heute fertig. Das heißt, hat dir die Folge gefallen? Soll ich dir vielleicht noch was anderes erzählen? Ich mag persönlich dieses Format, damit ihr auch eigentlich jeden Monat oder jeden Sonntag um 10 Uhr ein neues Video habt. Lasst doch gerne einen Kommentar da, wie ihr eure Pflanzen im Frühjahr geschnitten habt. Oder ist daraus was geworden? Habt ihr vielleicht auch schon neue kleine Triebe gesehen? Habt ihr vielleicht schon was ernten können? Im April weiß ich nicht, was da wächst. Dann lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche. Bis gleich! Bis gleich!